So, wir starten einfach mal die Aufnahme, jetzt mitten im Game, äh, weil ich erstmal ein bisschen was umstellen musste, dass er mich nicht die ganze Zeit labern hört. Jetzt hab ich den Dinosaurid, den mag ich eigentlich gar nicht so gerne. Aber mein Gott. Und ich kann trotzdem keinen Push-to-Talker machen, das nervt ein bisschen. Tommy, du willst das doch gar nicht. Oh doch, ich will das. Nein, du willst das nicht. Will es. Und wir kommen bei den Screamys nochmal, ne? Gerade, ich hatte gerade ein bisschen was eingestellt. Danke, danke für den Follower, auf jeden Fall eine coole Aktion von dir. Was machen die denn da? Warum blockt den? Grüßt euch, grüßt euch. Turukan, krass mich nervös. Und hab ich ge-grabbt. Ich bin runtergebrochen. Keine nette Nummer. Okay, wir gehen mal mit dem Maid mit hier. Come over here. Noooin. Come over here. Eigentlich können wir doch direkt vermöbeln. Der Strangler ist so schwach. Finde ich ja nicht okay von dir, ne? Ja, können wir gleich drüber sprechen. Nach der Runde, okay. Oh, warum geht das mein Menü auf? Komm, lass es ja noch gleich mal löwen. Oh, ich glaube, ich bin da draufgegangen. Oh, ich glaube, ich bin da draufgegangen. Ich hab noch nie über Discord jemand ein Spiel geholt, aber da stand auch als Geschenk, das hab ich gelesen, als ich das machen wollte. Können wir gleich mal drüber snackeln. Ihr werdet alle sterben. Ich möcht nicht sterben. Oh doch. Du musst. Nee, du hast mich ja schon getötet. Ja, ich töte euch nochmal. Nein. Und nochmal. Nee. Soll ich mich nicht mal retten? Nee, irgendwie. Die Twitcher sind was eigenes. Ja, ich merk schon. Immer diese komischen Twitcher. Immer diese Twitcher. Ich bin in irgendeiner Küche außerdem, also ihr könnt mich ruhig holen. Also ich kann entweder mich nur komplett muten oder, ja, immer quatschen. Ich muss nochmal kurz reingucken. Ich hab sowieso irgendwie kein Overlay. Ja, dann mute ich ja immer wieder komplett, mein Gott. Kannst du dich auch muten? Ja, stopp. Bei mir funktioniert das tatsächlich, ja. Ja, ich teste noch. Ich arbeite daran. Auf retten zu wollen, easy. Wat wird denn dat? Immer diese komischen Twitcher. Immer diese komischen Twitcher. Ich bin noch. Der, 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 Billabang. Den, wo ich gerade verfolge? Ja, ja. Ist das einzige? Ja. Nein. Wer weiß denn, dass ich laufe, alter? Das ist kurios. Ich krieg das nicht eingestellt. Ich krieg es einfach nicht eingestellt. Du Dei, Du Dei, ich krieg es einfach nicht eingestellt. Ich bin schon.